Gut. Gut. So. Habe ich jetzt hier noch irgendwo irgendwas übersehen, also Steine, ja, aber wie gesagt, im Moment brauche ich die nicht. Nochmal ein bisschen Kohle reinmachen. Gut, also, zurück zum Plan. Um das Ding zu bauen. Naja gut, mit dem Eisen bin ich ja noch beschäftigt. Ich könnte jetzt ja noch mehr Pflanzen anpflanzen, aber irgendwie fehlt mir da gerade so ein bisschen die Lust zu. Aber ich könnte hier nochmal Saat ausbringen. Keine Ahnung. Warte mal, wir haben Hopfen. Gut. Das hier ist der Kram, den ich immer aussähe. Der ist ja schon ausgesät. Ach. Jetzt ist die Frage, ist da noch was drin? Nein. Ich weiß, ich hatte auch noch so Kräuter, Dill und sowas. Das sollte ich vielleicht auch mal aussäen. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen. Ja, und das ist Mais. Mais ist jetzt nicht so ein Kraut. Aber glücklicherweise muss ich bei dem Spiel nix gießen. Nur aussäen, den Rest macht. Die Natur. Nature does the rest. Gut. Dann wollen wir doch mal... Also, das ist ein bisschen umständlich, wie ich finde. Aber es gibt Schlimmeres. Aber es gibt Schlimmeres. So, und an der Stelle... Grabe ich die Wiese zurück. So. Da möchte ich jetzt gerne... Mais. Mais haben. Das hätten wir. Gut, dann kann der Mais nach hier unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sechs-Kräuter-Geschichten. Die, ähm... Was war das für ein Geräusch? Hm. Da kann ich das sehen. Bitte, ich kann das gleiche, drei, vier, fünf... Da könnt ihr das noch ein Ei... Die, die ist noch nein. Da kann er sich noch nicht mehr ansehen. Da kann ich das, wenn man die Schnaufe nicht mehr aufnehmen. Gibt es noch nicht mehr, wenn ich das jetzt schnaufe. Also, wenn ich das jetzt mal von einem Geräusch mache. Da kann ich auch nicht mehr aufnehmen. Da kann ich auch nicht mehr so gut tun. Und da kann ich das auch nicht mehr sehen. kann ich bestimmt nicht graben deswegen ich bin ja mal gespannt ob ich ja ich müsste an dem baum vorbei kommen ich habe zuerst überlegt den kram irgendwo dahinter im haus zu machen oder so aber so habe ich alles auf einem an einem fleck sichtbar ja nein ich will das nicht zurück ach so bevor ich da jetzt weiter mache hopp hopp also 15 eisenblech ja da brauche ich noch viel mehr barren ja und dann fehlt mir wieder eisen ähm mensch wie frustrierend ähm ähm w j w j Das war's. Hallo? Ach, jetzt habe ich mich mit dem Baum da. Okay, Glück gehabt. Dann kommt der jetzt einfach... ...da ein. ... 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